Warum tragen die meisten Superreichen so häufig schlichte Sachen und nicht Gucci oder andere Marken? Es ist ganz simpel. Typische Designermarken wie Gucci und Louis Vuitton richten sich an Zielgruppen, die reich aussehen wollen, aber nicht superreich sind. Also willst du jetzt wirklich sagen, dass Personen wie Mark Zuckerberg oder Bill Gates auch simple Klamotten aus Primark tragen? Nein, nicht wirklich. Es gibt wirklich viele Luxusmarken da draußen, die sehr, sehr simpel aussehen, aber extrem teuer sind, wie diese italienische Modemarke Brunello Guccinelli. Mark Zuckerberg trägt zum Beispiel ständig simple Klamotten von dieser Marke. Boah, das ist ja sinnlos. Und warum tragen sie keine auffälligen Klamotten mit Logos drauf? Versetzt du dich mal in die Lage von Elon Musk, Mark Zuckerberg oder Bill Gates? Musst du noch irgendjemandem beweisen, dass du reich bist? Ja, okay, krass. Und von wo weißt du das? Ich folge Teaching Finance für tägliches Finanzwissen.